SUNSHINE LIVE Live at Nature1 Hier ist SUNSHINE LIVE Auch noch mal guten Abend von mir Tilman Urmacher, Erik hat ja schon freundlicherweise die Sendung heute begonnen um 20 Uhr weil ich mich noch eine Stunde bisschen ablegen muss im Hotel. Das war eine lange Nacht gestern Abend oder eine kurze Nacht, wie man möchte Neben mir, gerade runtergekommen vom Open Air Floor sind Philo in Perry from New York City Hallo Leute! Wie geht's Tillman? Wie geht's? Wie geht's dir? Es war die erste GIG auf Nature1 Ja, das erste Mal und eine liebliche Überraschung! Absolut! Aber es war nicht dein erstes Mal in Deutschland Du hast die erste Radio-Show in Deutschland mit mir letztes Jahr, das war sehr interessant denn alle Leute glauben nicht, dass du aus den Bronx kommen Sie kennen die Geschichte Aber ich sage immer, dass die Leute aus den Bronx die nur trans-musikerinnen aus New York City Ich denke so Was war das spezielle Sache für dich für dich auf Nature1? Es war nur die Produktion des gesamten Event Ich bin ehrlich gesagt, es ist eine der besten Städte die ich in meinem Leben gesehen habe Wer das Festival zusammengebracht hat hat einen tollen Job und die Energie war einfach groß Also Bro sagt gerade Er hat noch nie so eine professionelle Produktion und eine Veranstaltung gesehen, wie wir heute haben hier in Nature1 Eine unglaubliche Bühne So was hat er noch nicht erlebt Also Dominik ist auch beeindruckt und das ist eine der besten Produktionen die du nie gesehen hast Also Dominik ist auch beeindruckt weil das ist ein Event wo wirklich über 2000 Leute hier mitarbeiten 2000 Mitarbeiter sind heute hier auf dem Gelände um das alles zu organisieren So Ich denke, du spielst viele neue Dinge in deinem Set heute, oder? Ja, wir versuchten die Leute viele Tracks die alle anderen DJs nicht spielen Das ist etwas anders für alle Es gibt so viele sehr gute DJs aber es gibt so viele sehr gute Tracks und alle große Tracks Wir versuchten etwas anders also er sagte die ganzen großen DJs sind ja heute auch alle vertreten sind ob das Armin van Buurnes ob das nachher Feri Korsen ist und so weiter auch noch viele DJs probieren ja immer die ganz großen Hits zu spielen und sie haben das eigentlich so ein bisschen anders gemacht sie haben ihren eigenen Stil und haben einfach mal ein bisschen anders gespielt So, später in der Nacht spielst du auch auf Heaven's Gatefloor? Entschuldigung? später in der Nacht spielst du auch auf Heaven's Gatefloor? Ja, wir spielen von Woody und Alex Morf und ja es ist eine lange Nacht für uns aber Wie lange? eine halbe Stunde? eine halbe Stunde eine halbe Stunde Okay und jetzt nicht vergessen unser Deal für heute 2.30 Uhr 2.30 Uhr auf der Klassik-Stage und wir spielen das neue Single mit Orji Gallagher Perfekt Ich spielte ein 3-Hour-Set auf der Klassik-Stage auf der Klassik-Stage auf der Klassik-Stage wir haben gestern die zwei Leute von Philomperry kamen für das neue Single bei 2.30 Uhr und ich denke die Leute werden ich würde mich überraschieren absolut wir haben sich in der Klassik-Stage auf der Klassik-Stage und wir freuen uns auf das Klassik-Stage auf der Klassik-Stage auf 7.00 Uhr auf der Klassik-Stage auf der Klassik-Stage auf der Klassik-Stage auf der Klassik-Stage und wir spielen Ibiza Amnesia mit Paul Van Dyke auf der Klassik-Stage Wie war es auf der Isle? Es war absolut verrückt. Ibiza ist Ibiza. Ich war drei Wochen vor, nur auf Ibiza, und wurde für das neue Album von Kylie Minogue auf dem Beachclub. Ich liebe diese Isle. Es ist also etwas spezielles, Ibiza. Ja, absolut. Es ist kein Problem. Das Club und Kapital der Welt. Okay, all right. Philo und Perry sind heute hier und um 2.30 Uhr nachher auf dem Classic Floor, nachher nochmal auf dem Heaven Skate Floor davor. Vielen Dank, dass du kommst. Und ich hoffe, dass du nächste Mal bist, wenn du in Deutschland bist, oder in Belgien, oder in Deutschland zum Freitag zum Freitag. Und später noch der neue Single. Der neue Single, diese Nacht. Perfekt. Vielen Dank, Philo und Perry aus New York City. Danke, bye bye. Sunshine Life. Life at Nature One. Sunshine Life at Nature One. Vielen Dank.